Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 ist 30 degrees the second example is there is apparently also deformity here in the tibia but we will check if there is something here also mechanical axis deviation measuring the this is the mechanical axis of the femur and measuring the mechanical data distal femoral angle is 170 degrees mean there is virus here and virus here we have two apc's of default one in the femur and the other in the tibia of the adoption uh the example uh apparent in the distal tibia and almost there is virus here also and after measuring the mechanical axis uh lateral distal femoral angle it's 170 there is a virus here and the media approximately 72 there is double pcs of deformity one in the femur and the other in the tibia now we have to measure the mechanical axis of the distal femur because we have the both angles are deviation deviated from normal we take the normal of the other side if the other side also deformity we take the mean of the population which is 88 or 90 degrees and then we extend line from here 88 degrees up and then from here 88 degrees down this is the core again measuring the magnitude the third example which we are discussing about the the proxy of the distal femoral angle and then we extend the distance the mechanical axis and then we develop the mechanical axis of the proximal segment of the femur this is three-line protocol we take the mid-difusial line and then from a point from the center of the hip there is this line is parallel to it and then we take a line seven degrees from the center of the head this is the mechanical axis of the proximal femur and then we measure the magnitude of the deformity measures the joint orientation uh uni-epical deformity in uni-epical deformity there is a single core which lie on the center of the bone uh and the site of the maximum deformity which is apparent about the osteotomy consideration osteotomy level does not influence the deformity correction but the hinge level does and translation and lenses may change uh the angulation correction axis the angulation correction axis that is a line perpendicular to the plane of angular deformity uh uh . Angulation Corrections Akses pass through the lower bisector line. Angulation Corrections Akses Mمكن yiba a here, Mمكن yiba a here, Mمكن yiba a up, here, or here. Lengthening Open Wedge Mid of the bone a neutral wedge, in the concave side a closing wedge. The angulation correction axis, if the angulation correction axis is the same as the transverse bisector line, any point of the transverse bisector line is considered a core, as we said, the angulation correction axis could be anywhere on this line. The osteotomy rules, the rule number one, if we perform the osteotomy at the level of deformity and the hinge is placed properly on this line, we will have correction of angulation without any translation. Rule number two, if the angulation correction axis is here and we do the osteotomy down there, then we will have correction of angulation and translation to correct the mechanical axis. Rule number three, if the angulation correction axis and the osteotomy are distant to the site of deformity, we will have correction of angulation but we created a translation of deformity. the osteotomy is the same level and we will have correction of the 37 degrees, and it's 37 degrees. The choice of number one osteotomy rule, we will hinge on the same level, we will get only correction of the 37 degrees and correction of the mechanical axis with normal joint orientation. Die zweite Wahl ist die Osteotomie des Deformtes. Die Hinge wird auf der Deformte verbunden. Wir werden die Mechanical-Axis verbunden. Die Verrückung von 37. Und die Osteotomie wird normal sein. Rule Nummer 3. Wenn die Osteotomie und die Hinge sind aus der Deformte, dann werden wir die Verrückung von 37. Aber wir haben über 1 cm. Die Medial Translation von Mechanical-Axis das ist hier. Wir sehen uns, wenn es eine Überrechung ist. Die erste Frage ist, den Zentrum der Hände, den Zentrum der Hände, den Zentrum der Hände. Dann machen wir die Linie von der Zentrum der Hände bis zur Zentrum der Hände. Die Zentrum der Hände. Es geht nach dem Zentrum der Hände. Daher ist die Vorgas 4. Ich brauche die Bauche. Wir holen wie ein Method der Rechnung von der Femur und die Mechanical-Axis. Das ist die Mechanical-Axis von der Femur. Von der Zentrum der Hände bis zur Zentrum der Hände. Dann Mechanical-Axis aus dem Berg. Zentrum der Gnähe bis zur Zentrum der Ankre. Dann starten wir die Begründung der邏händischen Vorgen. Über die Gnähe. Mit der Gnähe, die Medial-Proximale Tibia ist 89 Grad, und die Leiteral Distal TBLM ist 90 grader und die Distal Femur ist 85 grader. Wir haben hier eine Vibliothek. Measuring die HIP Orientierung auf beiden Seiten. Auf der Seite ist 88 grader und auf der Seite ist 83 grader. Wir haben auch 5 grader deviation von der normalen Seite. Wir werden die Mechanische Axte der Femur auf den Schad. Das ist die Mechanische Axte bei drei Linien. Die Anatomische Axte, Linien parallel zu es. Und dann Linien 7 Degrees, Red Line. Dann haben wir die Mechanische Axte von dieser Part. Das ist die Mechanische Axte von der Tibia, die normalerweise ist 89 Degrees. Und dann haben wir eine Intersection hier. Und da ist eine Deformte von 3 Degrees. Wir haben 5 Degrees hier. 3 Degrees hier. Es hat 8 Degrees in der Femur. Vielen Dank. Take-home message. Forer Examination, History and Clinical Examination is the first step for deformity planning. Weight-bearing long film is the standard of geological evaluation of lower-leaving man alignment. The man alignment test will accurately identify the source of mechanical access. Posteotomy planning includes level type and rate of protection. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.